Hi Leute, heute nur ein kleines Update Video, aber ich habe trotzdem eine Sache anzusprechen und zwar das Entity Component System. Aber bevor ich das erkläre, so ich werde es nur ganz leicht erklären, so ganz, ganz leicht, möchte ich erst mal sagen, wie es jetzt bei mir grob aussieht. Jetzt habe ich gerade einfach nur ein Entity und dann kann ich sagen, Entity, aus Entity kann man ein, beziehungsweise man kann vererben. Ich kann ein Moving Entity machen von einem Entity, das heißt, ich gebe ein Entity einfach nur Reifen dazu. Oder ich kann aus einem Entity ein Living Entity zum Beispiel machen, dann bekommt er einen Lebensbalken dazu. Man kann immer nur eine Vererbung machen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Moving, Living Entity haben will, dann geht das nicht, denn man kann immer nur von einem vererben. Das ist halt so ein kleines Problem, was ich hatte. Und generell war mein Code auch ziemlich, oder ist mein Code ziemlich unübersichtlich und umso mehr ich versuche hinzuzufügen, umso komplizierter wird es. Und das ist halt echt nicht gut. Doch ich sehe gerade eine gute Lösung für mich, und zwar das Entity Component System. Also, ich habe es noch nicht komplett implementiert, aber allein wie sich das anhört, hört sich sehr gut an. Und zwar funktioniert das so, du hast eine Entity auch wieder, aber es ist meist einfach nur eine ID, zum Beispiel sagen wir es 3. Und es ist kein richtiges Objekt mehr, wie hier oben. Es ist einfach so, du fügst da Komponenten einfach hinzu. Es gibt verschiedene Komponenten, das ist zum Beispiel die Moving Entity Komponente. Hier ist die Komponente, dass du Leben hast. Vielleicht kann man das noch so einfärben. So. Und dann kann man diese verschiedenen Komponenten nehmen und reinpacken ins Entity. Zum Beispiel möchte ich, dass das Entity ein Lebensbalken hat. Zack, packe ich es rein und dann hat es einen Lebensbalken. Ich will, dass das Entity Moving, also dass es sich bewegen kann, dann packe ich die Komponente rein. Das heißt, ich kann einfach Komponenten hinzufügen und entfernen, beliebig, wie ich möchte. Also, dieses Konzept ist viel, viel flexibler, weil sobald ich eine Komponente wieder wegnehme, funktioniert trotzdem noch alles ganz normal. Also, das System heißt Entity Component System. Deswegen hier das Entity, die ID, hier die Komponenten und dann gibt es halt noch Systeme. Und Systeme, die verarbeiten, sag ich mal, die Komponenten. Dann gibt es hier zum Beispiel das Moving System, hier das Fight System oder so und hier das Lebenssystem, was das Leben managt. Und das ist halt auch so viel, viel praktischer, denn so kann man das alles viel, viel, viel von mir entkoppeln. Zum Beispiel, das Moving System bewegt sich und so weiter und sobald ein anderes System irgendwie Schaden bekommen möchte, dann kann es per Listener oder per Events einfach andere Systeme aufrufen. Systeme können sich gegenseitig aufrufen und so sich Nachrichten übermitteln. Das ist halt viel, viel besser. Das ist aber auch jetzt alles nur so grob, was ich denke und daran arbeite ich halt gerade und das dauert halt jetzt ein bisschen. Das wird jetzt eine Weile dauern. Deswegen nur so ein kleines Update-Video. Aber, für was ich dieses kurze Video nutzen kann, ist für den Namen. Denn mein Spiel heißt ja Space Explorer, aber ich überlege es, Space Explore zu nennen. Aber ich möchte meine Community fragen, was sich besser anhört. Oben rechts seht ihr jetzt hier oben so ein I aufploppen. Klickt auch drauf und da könnt ihr abstimmen. Aber sonst war es das erst mal. Ich werde überlegen, ob ich dann währenddessen ich mein Spiel weiterprogrammere, vielleicht noch andere Videos machen kann. So generell Videos, vielleicht irgendwelche Tutorials oder so. Falls ihr den habt, könnt ihr es mir auch mal in die Kommentare schreiben. Aber sonst wünsche ich euch einen schönen Tag. Und am 01.01.2020 möchte ich eine erste kleine Version releasen von meinem Spiel, wo ihr antesten könnt. Aber da wird nicht nur das Spiel so ein bisschen kommen, sondern ich möchte auch ein kleines Video dazu noch releasen. Ganz spannendes. Okay Leute, ciao. Ciao.